Hallihallo Leute, hier ist wieder euer MarsN2392, wie versprochen, beim letzten mal Leute war ich alleine gewesen, ich weiß, hier ist auch euer 6258 Sebastian und Leute, wisst ihr auch, was ich gerade so lustig finde, beim letzten Video, mein Bruder kann auch gerne mal auf Facebook gehen, ach Facebook, was ich labere, ich meine YouTube, beim letzten mal war es ja so lustig gewesen, kaum hatte ich was über die Hater gesagt im Internet, schon haben ein paar kleine Kinder, jetzt fragt ihr euch, ja was ist mit den kleinen Kindern, ein paar kleine Kinder Leute haben beim letzten mal das Video von mir gehatet, also Leute, ich weiß ja nicht, was ihr da zu haten hattet oder so, kein Plan, wieso, weshalb, warum, nur Leute, eins kann ich euch mit Sicherheit sagen, es war ein bisschen lächerlich, das letzte Video zu haten, denn es war nur kleine Information, wenn ich und mein Bruder mal keine Videos drehen können, damit vielleicht nach ein oder zwei Wochen oder drei, sagen wir mal, ein rieses Special von 20 bis 30 Minuten kommen wird, deswegen war das kleine Gehaten der Kittys ein bisschen, ich möchte mal sagen, lächerlich Leute, wie beim letzten mal erwähnt, aber ich will jetzt nicht groß um den heißen Brei hier reden Leute, jetzt hat man mir ein großes Dankeschön Video für euch gleich, würde ich sagen, das ist das Special, ja, wir haben auch noch ein Special, ich weiß, das Spiel ist wieder uralt, kommt ihr jetzt, ey Leute, ich wollte auch noch was sagen, ne, letzten Samstag, das wisst ihr wohl, ne, da war was ganz Schlimmes passiert, also was sehr Gutes bei mir, ich hab ein GTA durchgezockt, das ist The Lost and Damage gewesen, ja, ihr kennt das Spiel bestimmt, mein Bruder hat GTA 4, die Version, weil wir haben die Episode, die Special Edition von GTA 4, die Komplette Edition, jetzt sagt er, äh, das ist auch alt, ja Leute, GTA 5 ist draußen, wir sind noch nicht Hürmer Mond, aber wir kaufen uns das, was weiß ich jetzt, das ist mir im Schnurzpiep egal, also Leute, mein Lieblings-Game ist und bleibt GTA 3, könnt ihr sagen, was ihr wollt, jetzt rede ich aber auch nicht um den heißen Brei, Leute, ich mach gleich ein extra Video für euch, gleich, ciao Leute! Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.